Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Vlog. Leute, wir sind in Berlin, Yoko Yoko Yoko. Und wir wollten heute mal in den Polymestor und der ist am Alexanderplatz und im Alexa-Kaufhaus oder wie man das auch nennt. Und da gehen wir jetzt erstmal hin, hier zu Fuß und dann später müssen wir noch mit der U-Bahn fahren. Und ja, dann sehen wir uns am Alexanderplatz. Ciao. So Leute, ich soll nämlich jemanden grüßen in den letzten Vlog. Hat mich jemand gefragt. Und wenn ihr auch gegrüßt wollt, dann schreibt einfach unten in die Kommentare. Ich grüße euch und jetzt grüße ich Leo, Leon und Roman, den Halunken oder so. Und ja, liebe Grüße, geht von mir raus. Und ja, dann müssen wir jetzt noch was geben. Ciao. Ich hab auch eben gesehen, Bühnen eigentlich. So Leute, wir sind jetzt hier, wo Supertalent gedreht wird. Und ja, das ist ja am Potsdamer Platz. Hier wird Supertalent gedreht und habt ihr auch eben vor dem Clip gesehen. Und hier ist ein riesen Tannenbaum, habt ihr auch eben schon gesehen. Und jetzt müssen wir noch 300 Meter ungefähr geradeaus. Und dann sind wir endlich an der U-Bahn. Ciao. Ciao. So Leute, jetzt sind wir wieder zu Hause und hier ist die Holly-Müsterche und ich zeig euch jetzt, was ich mir gekauft hab. Also, eine Ei-Blali-Beanie-Mütze. So sieht die aus. Die finde ich eigentlich ganz geil, weil der Ei-Blali auch immer diese Mütze in den Videos anhat und die ist eigentlich sehr bequem, hält schön sehr warm. Die habe ich mir gekauft, hier zur Kassenkette und ja, in der Zeit, wo wir jetzt die ganze Zeit draußen waren, habe ich jetzt ein bisschen Halsschmerzen bekommen, aber ich denke mal, das geht bald weg. Und so Leute, wenn das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein fett Like da! und ein Abo! Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder! Ciao! Oh mein Schatz ist jetzt gerade hier noch gekommen, die will auch noch was sagen! Hi! Okay, das war's! Ciao! 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 Ciao!